jetzt für euch im test die pyroland kompass willow so genannte 360 grad batterie sie schießt also in alle himmelsrichtungen die batterien sind nicht nur gefächert die sind auch so gebaut so etwas schräg also jetzt geht richtig der punk ab ich sag's euch es geht jetzt gleich richtig zur sache so so Ja Leute, ihr habt es gesehen. Es ist so unfassbar breit gefächert, man bekommt es gar nicht drauf. Das Objektiv muss erst noch gefunden werden für diese Pyroland-Batterie. Unfassbar, krass.